Hallo Leute, weiter geht's bei God of War Valhalla. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen weit gekommen und ich könnte hier nochmal handeln. Äh, Ressourcen. Oh, Ressourcen. Oh, 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 oh. Die brauche ich dann. Komponieren dieses Wappen mit Wappen aus den anderen inneren Welten, um göttlichen Triumph zu erhalten. Waffen können am Ufer kombiniert werden. Ich habe natürlich wieder keine Echos mehr. Das darf nicht wahr sein. Finde ich hier noch 13 Stück. Irgendwo in Vasen drin. Vielleicht. Da vorne steht... Ich dachte, da steht jemand. Nie, hier sind noch Teile. Oh Gott, da ist noch einer. Reicht es? Wie, es reicht nicht. Ach komm. Ist noch irgendwo eine Vase? Vielleicht auch zwei? Bitte, ja. Das ist doch jetzt sowas von Kacke. Hier musst du doch noch irgendwo was geben, bitte. Spiel. Da vorne. Da, 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 da. Oh, ja. Es reicht's. Oh mein Gott, es reicht's. Ich weiß noch nicht, ob die Teile wichtig sind, aber sie sehen wichtig aus. Deswegen hergeben. Wenn auch nur für diesen Versuch wäre... Sei still mit mir. Ich will das hier. Hm. Ich will göttlichen Triumph, natürlich. Okay, immerhin das konnten wir uns jetzt holen. Das ist doch schon mal wichtig. Da ist doch schon mal wichtig. Äh, gib mir die Axt. Wo war die denn? Beinah vergessen hier. Hallo? Hallo? Böses Monster da unten? Ne. Aktuell nicht. Was haben wir hier? Eine Kuh. Oh, oh. Was? Was? Habt ihr gehört? Dieses... Geistsiegel? Ich bin hier nicht alleine. Kann das sein? Ich fühle mich ein wenig unsicher hier. Was haben wir da oben alles? Und das Katzen da oben? Die komischen Tiere. Kann ich die kaputt machen? Ne. Wie viele komischen Figuren sind da oben? Einfach so. Warum hier dieses... Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich sag' ich bestimmt nichts schlechtes, aber... Was erwartet mich hier? Da vorne ist die Kette wieder. Da vorne ist die verdammte Kette wieder. Es sah doch schon so aus, als ob es verschiedene Wege gibt, zur Kette zu gelangen. Ah, wir sind jetzt bei diesen Statuen. Richter, meintest du? Vielleicht korrespondieren die höheren Ebenen Valhals mit den tiefsten Winkeln deiner Erinnerung. Hier kam ich glaube ich beim letzten Mal her, oder kam ich durch die... Moment. Ich kam von da drüben ganz bestimmt. Hier ist überall zu jetzt, oder? Ja, 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 okay. Ich kann auf drei verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch noch mehr... Von unten, von oben... Hierher gelangen. Alles klar. Als wir hier waren, was passierte da? Achso, ja. Die Sache mit Helios. Unangenehm. Besonders für Mimir. Und für... Für Sigrun auch. Die blaue Flamme da drüben, die irritiert mich. Seht ihr sie da? Gott, diese Richterstatuen. Wer hat da drüben gekämpft? Ich glaube nein. Hallo, ich bin's wieder! Wenn ich dich schon tragen muss, mach dich nützlich. Sag mir, was du im Kampf siehst. Zu Befehl, Arschloch! Warum ist jetzt der Typ wieder da? Seht ihr, von da kommt bestimmt auch mal irgendwann runter. Da ist auch eine Art Tür. Dann kriege ich noch ein paar Dinge vielleicht. So versessen auf einen Vorteil. Ist das ein Spiel für dich? Sei jetzt still. Ich habe nicht genug Echos. Verstehe. Nee, die habe ich halt schon verwendet. Kostet 500. Eine Reliquie würde ich bekommen. Das ist äh... Sehr viel... Ne? Dingens. Eine grosse Anzahl von diesen Teilen. Was könnte ich hier noch machen? Wieder was kaufen? Da liegt hier eine Aufladung. Füllt alle Ladungen für die derzeit ausgerüstete... Aha. Ne, ich sollte fünf davon haben. Ich sollte fünf davon haben. Und da finde ich doch... Was sind die Ding an hier? Wie gesagt, die verliere ich ja theoretisch. Da ist ein Welpenriss da hinten, oder? Ist das ein Welpenriss? Ich glaube ja. Okay. Äh... Ich wollte schon sagen, hat da was geleuchtet? Nee. Okay. Axt ist am Start. Gehen wir weiter. Was passiert... Jetzt? Sie haben dich ausgesperrt. Dann sehen wir uns mal in der alten Nachbarschaft um. Vielleicht treffen wir ja sogar auf alte Bekannte. Jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst. Ballast! Auserwählte schlagen. Drei Stück. Oh nein. Zeitanzeigenraum. Oh nein. Die Gegnergeschwindigkeit nimmt mit jedem ablaufenden Level des Timers zu. Der Timer stoppt bei der Rückkehr zu den aufsteigenden Sanden. Oh nein. Ich hasse auf Zeitspielen. Da muss der drin sein, oder? Oh nein. Eine mittlere Herausforderung. Mehr Anspruch. Mehr Beutel. Oh Gott. Nüsenvieh. Nein. Ach die Scheiße hier. Geh mir das da. Lass das. Lass das. Mach das hier. Den krieg ich doch klein, oder? Ja. Ich bin doch klein hier. So reicht's. Ist noch mehr Gegner da? Ich hab ihn doch. Glockt. Lass das. Dann stirbt. Bist du tot? Wo? Dahinten passiert irgendwas. Nein. Geht liegen. Oh, oh. Weg. Ist tot? Okay, das war's. Okay, das war's. Nie, da kommt... Oh nein. Ich bekomm was. Beim Einsatz der Axt. Hier werden Betäubungsgriffe abklingt seit... Ne, ich versuch's. Das Ding weg, ja. Die Zeit läuft trotzdem immer noch weiter. Oh, leck mich. Oh, leck mich. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Moment, da oben, was? Da oben ist noch was. Äh, geh hoch, bitte. Ich sollte nicht hier oben sein, oder? Oh, doch, sollte ich. Stark. Vereilung, Einweilung. Oh, was ist hier? Ich glaube, die sollten... mir... ganz viele Probleme bereiten. Die kosten halt Zeit, ne? Das ist ne Truhe, das ist ne Truhe. Ich hoffe, ich komm hier direkt runter, bitte. Was? Finger des Verderbens. Äh, gewaltig Tornado. Äh, Tornado. Was weiß ich. Ich komm hier nicht... Ah, nein, 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 nein. Die Gegner werden jetzt zu stark sein. Es ist gleich soweit. Ich hab noch keine Zeit, um hier oben die Krüge kaputt zu machen. Und es ist soweit. Die Gegnerschwierigkeit erhöht, toll. Es wird mit der Zeit nur schwerer, Kratos. Ja, hab ich... gedacht, ja. Geh mir da rüber. Schnell. Geh mir da rüber. Komm schon. Dann füge ich so ein bisschen auf hier rein. Wo ist noch ein zweiter? Oh nein, da oben ist so ein Flugviech. Oben ist so ein verdammtes Flugviech. Muss ich gleich vom Himmel holen, irgendwie. Nein, das war dumm. Lass mich so das kleine... Ich glaube ja, oder? Gib jetzt mal. Du stirbst du nicht. Du bist tot. Dann krieg ich ja was. Mach's ne Macht. Das Hochschleuner eines Gegners hat eine hohe Glückschance, Stärke und Widerstand gegen Taumeln zu erhöhen. Gib mir das da. Wo jetzt lang? Wo jetzt lang? Angst. Da drüben. Ist das der dritte? Da muss ich mich beeilen. Ne, das ist oft nur so ein kleiner Pupsgegner. Oh nein, ihr seid gefährlich. Hinter dir! Und Knacks! Welches Ziel? Links von dir! Und weg mit euch! Gott, das war nicht gut. Außerdem bin ich vergiftet. Au! Das ist die Scheisse jetzt hier. Sierp! Wie viel denn noch? Ich glaube, das war gerade. Der Weg sollte frei sein. Hm. Nimm das. Ich sollte frei sein. Wohin denn? Oh, ich hab die 3 von 3. Ich hab die 3 von 3. Ich hab die 3 von 3. Kratos, bitte, mach mich nicht unglücklich. Ich hab doch die 3 von 3. Oder? Das war Verschwendung, oder? Wo geh ich hin? Nein, die werden noch stärker. Oh nein. Ausweichmanöver in letzter Sekunde. Glück halten von dem. Doppelblock oder Block. Nimm das. Muss ich denn jetzt hin? Muss ich denn jetzt hin? Da ist noch was. Warum ist da noch was? Ich hab doch 3 besiegt. Oh, was? Super. Oh, Gott. Ja. Kann ich mir das nicht leisten. Diese Gegner sind ein Problem. Ein Gegner muss direkt weg. Ist passiert. Au. Der da. Der muss weg. Dann lassen wir's. Und bekommen was. Nimesha Schmetterer. Ne, wir nehmen den Runenangriff. Ich nutze die viel zu wenig. Gott, wo muss ich denn hingehen? Ernsthaft? Wo muss ich hingehen? Ich würde gern zurückgehen zu den Sanden. Ich bin durch den Weg nicht mehr. Hier war ich. Irgendwann. Das sind Pfeile von mir. Wo bin ich denn? Mann, ich versteh's grad nicht. Scheiße. Ich werd doch nie wieder den Weg zurückfinden. Da ist offen. Da ist offen. Da ist... Komm schon. Ich möchte verschwinden. Wirklich. Da war ich. Ne, mir reicht's fürs Erste, bitte. Da ist noch was. Nein, 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 nein. Mir reicht's. Ich hab drei besiegt. Da geht's nicht weiter. Eine Karte wär schön. Ich... Geh mir denselben Weg, glaub ich. Gott, was für ein Problem hier. Da ist der eine Richter. Moment. Was ist hier noch? Weg sieht... ...richtig aus? Fragezeichen. Komm schon, das darf doch nicht wahr sein. Bin ich hier richtig? Na... Nein. Wie kann das angehen, dass ich jetzt den Weg nicht mehr zurückfinde? Die Gegner ist noch mal stärker geworden. Ja, ach was. Schön. Jetzt wird es noch schwerer. Hast du vergessen, dass du dich beeilen musst? Halt die Klappe, Arschloch. Ich such doch nur den Ausgang. Respektive die Sande da. Und ich werde... ...kein Dingens mehr... ...Welpenriss öffnen. Nein, werd ich nicht. Nein, werd ich nicht. Such einfach nur den Weg hier raus. Das ist jetzt kacke, sowas, oder? Das ist jetzt kacke, sowas, oder? Warum ist das jetzt so kompliziert? Oh Gott. Es gibt auch ungefähr eine Million Wege, ne? Oh. Aber da ist noch was. Flüchtige Echos. Flüchtige Echos. Schön. Da ist noch zu. Ne, ich möchte einfach nur verschwinden hier. Bin ich, sehe ich, was passiert, wenn ich sterbe. Ob dann der ganze Durchlauf für den Arsch ist, oder nicht. Da ist dieser Welpenriss. Ne, das ist jetzt ein bisschen witzlos hier, dass ich... Brauche ich das? Nicht unbedingt, aber ich nehm's mit. Da ist noch ne Kiste. Dank dran. Je mehr Zeit du verplemperst, desto stärker werden deine Feinde. Sei still. Präzisionswurf mit der Axt, oder... ...Fähigkeiten... ...Wiederherrschung der Gesundheit, aber Rettnerschaden erhöht. Nein, Schlafschutzbetäubung. Ich möchte wirklich nur weggehen. Nur weg. Ach, ging ja falsch. Wie kann das angehen, dass ich diesen Weg nicht mehr zurückfinde? Weil ich halt so planlos war. Hab ich keine Karte, oder so? Ne, aber ich hab sehr viel Zeugs hier. Stark. Wie soll ich hier je wieder zurückkommen? Noch ein Welpenriss, ja, leck mich doch. Ne, ne. Ne, ne, ne. Man kann hier sehr viele Dinge farmen, aber ich würde jetzt gerne diesen Run beenden. Wenn's dann eh gemütlich wär. Ich hab so null Orientierung hier. Null. Muss mich irgendwie in dem Typ da orientieren. Ja, toll. Du lässt dir ganz schön Zeit. Du stehst doch auf harte Kämpfe. Ja. Eigentlich ja. Jetzt aktuell. Ich muss doch zu dieser Kette gelangen irgendwie. Verarsch mich doch nicht. Ist das die einzige Möglichkeit, die ich habe, um mich zu orientieren, oder? Ne, es sieht alles aus wie diese Sander da. Oh, Moment. Ich glaub... Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Wie konnte ich das jetzt übersehen so lange? Ist ja was. Wir ver... Ne, wir verschwinden noch nicht. Wir nehmen noch diese Dinge mit hier. Jetzt hab ich meinen Talisman quasi noch gar nie verwendet. Oh, oh, jetzt sind die Gegner sehr tödlich, oder was? Stärke geht's nicht mehr. Wo waren denn noch... Vasen? Ne, ne, wir verschwinden. Wir verschwinden jetzt. Ich hoffe, da kommt nicht noch ein Gegner raus. Aus den Sanden da. Ne, alles ist vorbei. Alles ist vorbei, glaub ich. Die Zeit auf jeden Fall. Startet es jetzt wieder, wenn ich... Ja, okay, ich könnte weitermachen. Aber hier bin ich safe. Und deswegen... Da werden noch mehr Wege. Da kann ich noch nicht lang. Aber da und da. Ne, 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 ist nicht in Ordnung. Wir verschwinden. Wir verschwinden jetzt. Genug Action für heute. Raus da. Jetzt passiert was. Schon wieder hier? Schon wieder hier? Es geht zurück zum Käfig, ja? Ich schätze, Walhall gibt dir eine zweite Chance. Ja, ja. Es ist unter, dass ich noch liegen. Was ich später noch erreichen kann. Was ich so ein bisschen bezweifle. Aber rum nochmal zum Käfig. Oh, Moment. Das hier will ich. Das hier möchte ich. Nehme ich das und dann... Äh. Sieht glaube ich ein bisschen anders aus, als beim letzten Mal, oder? Oh, was? Harpien. Jetzt geht es rund. Ach, der Harpien. Hoffentlich nur eine. Hinter dir. Hinter dem Kopf. Hinter dem Kopf. Dieser Harpien, ne? Du verpiss dich mal. Der Gegner brennt da drüben. Das ist gut. Nein. So nicht. Auch zu brennen hier. Was? Was hast du dir diesmal ausgedacht, Kratos? Nein, warte. Sag's mir nicht. Die Spannung ist nämlich das einzige, was mich hier hinten wach hält. Sei jetzt still. Ich kann nicht mehr zurück zum Heilungsstein. Das ist ein Problem. Und geh liegen. Das mag verrückt für dich klingen, aber vielleicht zählt es nur als Opfer, wenn du etwas aufgibst, das du schätzt. Wir wissen beide, dass ich das nicht bin. Du streng dich nur nicht zu sehr an, mir zu widersprechen. Sag jetzt still, verdammt nochmal. Jetzt frag ich mich auch, ne? Moment, pass auf. Das war's schonmal nicht. Aber stimmt. Das hier. Und das hier. Und das hier. Das. Rage-Zug. Griechische Gegner können spartes Rage entziehen. Treften sie den verbundenen Gegner mit der passenden Waffe, bevor Rage verloren geht. Welcher ist das jetzt? Nein. Nicht der Typ. Nein. Nein, nein, nein. Er darf uns nicht knüppeln. Das sollte er nicht tun. Du Haufen Scheisse. Nein. Ach Gott. Weg gehen. So. Der war's hier. Weg da. Nein. Mein Runen-Teil ist der voll. Perfekt. Das war nicht so stark, ne? Sag Block, hat ihr gesehen. Und zack. Gute Nacht. Raus mit dem Auge hier. Ah ne, ich kann jetzt angreifen. Hier. Spielt doch jemand? Der stirbt. Mein Gott. Was ist das? Ja. Zyklub. Stark. Untoter Legionär. Schild Legionär. Und die verdammte Harpie. Okay. Wir haben's geschafft. Weiter geht's. Was sollen wir jetzt hier tun? Da wären wir. Dann zeig mal, was du dir Brillantes ausgedacht hast. Das würde mich auch interessieren, Kratos, ja. Mal schauen, was jetzt passiert. Äh, Kratos. Äh, Kratos. Vergiss es. Ich will das sehen. Ich denke, das war keine sonderlich gute Idee. Was ist passiert? Bruder? Emir! Wo sind wir jetzt? Gute Frage. Tyr! Tyr! Die Einladung war von dir. Ich hätte sie unterschrieben. Aber ich wollte, dass du aus eigenen Gründen hierher kommst. Dann bist du keine Illusion. Bleibhaftig hier, alter Freund. Moment. Was willst du? Ich weiß, womit du kämpfst, Spartaner. Ich verstehe es besser, als du denkst. Die Schande. Die Zweifel. Die Frage, auf die ich keine Antwort finden konnte, bis ich hierher kam. Vor Ewigkeiten. Und durch diese Tür geschritten bin. Was ist dahinter? Oh. Das werde ich dir nicht verraten. Ich will dich vorbereiten. Warum? Weil ich es kann. Weil für uns das Kämpfen nur eine Beschäftigung ist, während unser Verstand arbeitet. Und weil du nicht bereit bist. Noch nicht. Will der jetzt wirklich kämpfen? Er will! Oh, was? Verzeihung! Warum genau greifst du uns an? Sie ist als eine Art der Probe im Kampf mit mir. Und Kratos mich überwältigen kann, wissen wir, dass ich den Geist behalten ist. Ver- pflucht! Ich dachte, ich könnte meine Rage einsetzen. Äh, meine, das hier. Genau so! Nein! Kämpfe! Nein! Gott! Ich... Ich habe keine Ahnung, wie ich voraussehen kann, was er tut. Ich weiß nicht, wie ich das gehen soll. Verteidige dich! Das will ich ja. Ich... Nein, weg! Ich bin tot. Ein Mann, der mit sich im Krieg ist, vernachlässigt seinen Fokus. Er ist ungeduldet. Emotional. Leicht zu überraschen. Ein Mann, der mit sich im Einen ist, hat einen klaren Geist, scharfer Instinkt. Dieser Mann kann gewinnen. Dieser Mann kann verantworten. Mist, nicht geklappt. Okay, die kleinen Gegner, die sollte ich hinkriegen. Und... Geh... Bliegen, Mensch! Was jetzt? Heines... Er ist noch da! Gute Nacht hier! Nein, weg da! Ich werde ihn nie besiegen. Ich werde ihn nie besiegen. Ich werde ihn nie besiegen können. Auf jeden Fall hat er... Nein! Heldungsteing getroppt. Heldungsteing getroppt. Und das... Nein! Geh mir das da! Du, ich hab dich nicht mal gesehen, du! Guter Bastard, du! Ich krieg den nicht hin! Ich krieg den verdammt nochmal nicht hin! Komm schon! Warum? Hervorragende Rage! Ja, ne? Das ist der Scheiss jetzt mal! Oh nein! Verflucht! Hör auf damit jetzt! Bin ich einer... Fein, Mensch! Nein! Okay, gebrochen. Mit das da! Ja, los! Jetzt stirb! Nein! Was ist die Scheisse jetzt hier? Konzentrieren, Kratos! Was ist das hier? Und die sterben jetzt! Verdammt nochmal! Was soll die Scheisse! Gut gemacht, Kratos! Ich gebe auf! Na gut! Äh, Kratos! Trau ihm nicht, ja! Gott ist der Gruß! Vielleicht bist du jetzt bereit! Bin ich das? Ganz ehrlich? Das kannst nur du wissen! Tür öffnen! Wo ist mein Heilungsstein? Es hat sich herausgestellt, dass Tür mir die Einladung nach Wahl geschickt hat, ja! Der Rest könnt ihr lesen, mach ich dann während des Schneidens! Wo ist mein Heilungsstein? Der ist weg! Der setzt sich jetzt einfach wieder hin! Ey, Typ! Typ! Was für ein Bild! Okay, er... Ja... Ich stecke mir den Rücken entgegen! Ich glaube, der hat genug! Aber Leute, was sich hinter dieser riesigen massiven Tür befindet, erfahren wir erst beim nächsten Mal! Denn für heute war's das mit God of War Valhalla! Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal! Macht's gut oder besser! Tschüss! Wie sieht die